Wir haben ein paar Fragen vorbereitet und er kennt auch bestimmt 3plus von Genetik. Ja, aber die haben uns heute nicht angeguckt. So, herzlich willkommen auf hiphop.de, ich habe mir hier den Security geangelt. Du musst auf jeden Fall jetzt raus, wo ist dein Bändchen? 3plus heißt ja... Es wird immer später und ich habe mir ein Sorgenkind geschnappt. Wie geht's dir? Wie spät ist es denn? Ungefähr 5 Schweißränder spät, man kennt dich aus dem VBT, stell dich kurz vor. Geh jetzt mal hier raus, sorry. Ich bin 3plus, man kennt mich nicht aus dem VBT, weil ich auch sonst unfassbar tolle Musik mache. Das sagt jeder, weißt du, jeder sagt das, egal mit wem ich spreche. Aber wenn du Leute immer aufs VBT reduzierst, dann ist es klar, dass sie sich dagegen wehren. Also ich glaube auf mir sind schon auch mehrere Ölschichten. Es ist unfassbar heiß heute, gell? Ey, es ist richtig krass, aber es macht Spaß. Also teilweise laufe ich durch die Stadt und schwitze mir mega einen ab und fühle mich mega unwohl, aber heute ist mir halt egal. Also ich kann... Alle sehen ja so aus. Eben, jo. Die Frauen sind nackt. Ja? Wo denn? Ich hab noch keine... Wahrscheinlich bin ich schon zu verballert, um die zu sehen, aber ich hab noch keine nackte Frau gesehen. Wo wir gerade beim Thema sind, so die erste Frage ist, was geht 3plus so richtig auf den Sack? Haben wir den Leuten gestellt und du darfst das jetzt auflösen? Ähm, kacken ohne Smartphone. Wenn man seinen Namen falsch schreibt. 3plus. Wie würdest du 3plus denn schreiben? Das schreiben wir noch mit 3S oder nicht? Menschen in gelben Westen. Haben wir auf den letzten Festivals festgestellt. Menschen mit gelben Westen, die sollen einen Plan haben, die haben von nichts einen Plan. Und die sagen einem immer, wohin man fahren soll und wohin man gehen soll und die wissen aber gar nicht, wohin man will oder hören einem einfach nicht zu. Ich muss zum Backstage-Eingang. Ja, ja, hier die Straße runter und dann rechts. Und dann bist du auf einmal zwischen ganz vielen anderen Autos, den normalen Besuchern und kommst da nicht mehr raus, aber du musst in einer halben Stunde auftreten, weil du gerade zwei Stunden im Stau gestanden hast. So Geschichten. Menschen in gelben Westen haben bei mir verschissen. Bei einem Special ist alles gut. Wobei die Anweiser da auch manchmal ein bisschen komisch sind. Die sind ja auf ihren Rollern da unterwegs und mucken einen dann nicht mehr. Wenn man falsch steht oder so. Ja, wir brauchen diesen Platz jetzt hier unbedingt, du stehst einfach mitten auf dem Wicht. So, dann musst du da weggehen. Und das kannst du dort nicht ernst nehmen, weil die sechseln alle so schön. Ja, und die sind da auf Rollern unterwegs, ne. Menschen auf Rollern kann ich sowieso nicht ernst nehmen. In Zürich auf dem Festival, da hatten sie alle original diese, wie nennen sich diese, diese Segways. Kennst du die? Ach, diese Teile drauf steht und dann legt man sich vor oder zurück und dann fährt. Das ist ja noch bescheuerter. So wie auf so einem Festivalgeländer mit so Elektrogeräten rumfahren. Komplett bescheuert, aber sieht witzig aus. Also Elektroroller und gelbe Westen kotzen dich an. Richtig. Die erste Frage war, hat Sorgenkind jemals beim VBT teilgenommen? Ja. 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 Nein. Ganz hart. Äh. Ja. Wie oft schon insgesamt? Ich habe einmal beim regulären VBT, also diesem normalen VBT mitgenommen, äh, teilgenommen 2009 und einmal beim Splash VBT. Jetzt. 2011. 12. 11. Ich glaube 12, wenn mich nicht alles täuscht. 12, okay. Ja, das war das erste Splash VBT halt einfach. Ja. Wie sind deine Erfahrungen jetzt so, also die du mitgenommen hast? Würdest du nochmal dran teilnehmen? Ähm, ne, ich würde nicht nochmal dran teilnehmen. Nicht, weil es mir jetzt irgendwie auf den Sack geht oder irgendwie, man muss ja auch wieder Platz machen irgendwie. Sobald man teilgenommen hat, hat man dann so quasi so seinen kleinen Hype bekommen, so seinen kleinen Anschub, dass man, äh, ja normale Musik machen kann und quasi so eine Hörerschaft für sich gewonnen hat, die dann auch zuhört. So, das war, eigentlich war auch meine Absicht so. Ich mach da mit, hab Spaß auf jeden Fall auch, aber hab, äh, dann so eine Größe, äh, größere Fanbase, oder wie, ja, Fanbase, die dann, äh, eben meine Sachen hören kann und ich will da jetzt aber nicht jedes Mal teilnehmen und mich damit identifizieren und die Tracks live spielen, sondern das ist halt echt so, wie wenn man auf dem Bolzplatz geht und Fußball spielt, so nimmt man halt beim VBT mit, einfach nur um ein bisschen Spaß zu haben. Aber das soll jetzt nicht Inhalt meiner ganzen Musikgeschichte sein, so. Ist genau so das Ding, was die meisten VBT-Teilnehmer im Nachhinein bereuen oder sagen, was die gerne anders gemacht hätten, weil die Leute kennen sie quasi nur als Battle-Rapper. Ja. Und die haben einfach viel mehr Facetten, aber das wollen die Leute erstens nicht hören, weil sie die einfach nicht so kennen. Und, ähm, ja, ist das bei dir genauso oder ist das bei dir ähnlich? Also erstmal muss ich sagen, dass nicht alle viel mehr Facetten haben. Es gibt auf jeden Fall welche, die sich herauskristallisieren. Ich nenne natürlich keinen Namen, aber... Mach doch! Nein, 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 um Gottes Willen. Aber, ähm, es ist eine super Chance für diejenigen, die wirklich Tracks schreiben können, abseits von Battle-Zeugs, irgendwie seine Hörerschaft zu finden. Und es gibt halt auch andere, die, die können halt battlen und machen dann Tracks und, äh, irgendwie, das ist halt, es ist halt trotzdem scheiße. Bei manchen denkt man sich, nee, mach mal weiter VBT, das ist schon, das ist schon eher so dein Ding. Also, ich, ich, ähm, in letzter Zeit habe ich viel gegammelt, sitze zu Hause, gucke mir die ganzen Videos an, gucke mir alles, gucke mir alle Neuigkeiten an und dann auch natürlich von allen VBT-Rappern, was so rauskommt. Und teilweise denkt man sich, ja, nice, so, und bei manchen eher so, ja, nee, so, du bist, du bist kein, du bist kein Musiker, du bist ein VBT-Rapper, so. Manche sind's halt einfach. Also, vielleicht können sie sich noch zu, äh, zu mehr entwickeln, aber so dieses, äh, Rumposaune von wegen, ja, ich, ich wollte ja eigentlich viel lieber Musik machen und ich gehör nicht ins VBT, das ist, äh, teilweise, teilweise, äh, schätzen sich die Leute selber nicht, glaub ich, äh, realistisch genug ein. Okay, dann haben wir eine zweite Frage und zwar eine Wissensfrage, so, mit welchen Rappern bildest du, äh, hast du zusammen April gebildet, quasi? Mit Don Tessy, und mehr weiß ich nicht. Du bist dran? Immer abwechselnd, ne? Aha, genau. Keine Ahnung. Wirklich keine Ahnung, mit Cool Savas zusammen? Ja, genau, das war noch mit Cool Savas. Cool Savas, Dendemann? Den kenn ich, aber ich wusste nicht, dass die zusammen... Das ist eine sehr witzige Frage, jetzt muss ich alle Namen auf die Kette bekommen. Äh, ich muss dazu sagen, ich habe schon einiges getrunken heute, ähm, Sorgenkind, Gin, Klein, Spliff-Tastic, Dante-See, ich, ja, und wir haben, äh, Tjark. Aber Tjark ist nur Maskottchen, der springt immer ins Publikum rein. So Geschichten, oder schreit rum. Das kann er gut. Okay, hab ich vergessen? Nein, ne? Okay, mein Videomann mag, äh, der weiß Bescheid. Hab ich, ne? Ich hab alle, alle genannt, ne? Okay. Wie alt bist du denn? 19. Ja gut, 3 plus ist aber schon ein bisschen älter, das ist ja fast doppelt so alt wie du. Gegen welchen bekannten Rapper hast du 2004 in der RBA gebettelt? Wie alt warst du damals? Damals 2004 war ich 8. Krass. Ja. Cool Savas, keine Ahnung. War er doch nicht. Meinst du, Cool Savas hat in der RBA gebettelt? Nein, Mann, ich bin einfach keine Ahnung. Meinst du, Kollegah hat jemals in der RBA gebettelt? Ja, hat er. Ja? Kennst du da sogar Runden? Nein, aber ich weiß, ich kenn einen, aber da kenn ich halt den Gegner nicht. War ich doch auf der Welt schon? Ja. Keine Ahnung. Weißt du selbst noch? Ey, Kollegah der Boss. Du bist ne kleine polnische Bitch, die schon für einen Dollar fickt. Ich peitsch die Bullen aus und mach sie so zur Streifenpolizistin. Du Feigling sollst es wissen, ich hab deine Mom es handelt und du Punker wirst jetzt gegen die Tür deines eigenen Hauses gerammt. Am laufenden Band kassierst du Schläge in den Magen, sechs Kugeln legen sich unter deiner Schädeldecke schlafen. Du solltest gehen und dich begraben wie ein Maulwurf, denn ich blablabla nenn dich Maulwurf. Das war jetzt sein Part, den du nachgerappt hast, ne? Ja klar, ich kann Kollegahs Part besser als meinen eigenen. Ich schäme mich richtig für meine ganzen Sachen. Ja, sehr interessantes Erlebnis. Er hat mich auf jeden Fall in Grund und Boden gestampft. Ich hab in der Zeit mit ihm über ICQ gesprochen. War sehr interessant. Es war natürlich abzusehen, dass er krass durchstartet. Seit seinem ersten RBA-Battle wusste man, dass Kollegah halt richtig krass abreißen wird. Und ich wusste auch schon vom ersten Moment an, ja irgendwann schreibe ich ihm halt auf ICQ und er wird mir nicht mehr antworten. So kam es dann natürlich auch. Ich fand es aber cool. Er war sehr sympathisch zu der Zeit. Also nicht, soll es nicht heißen, dass er sich jetzt irgendwie verändert hätte, weil er nicht mehr antwortet. So kann ich verstehen. Aber war super, super korrekt. Ja. Und ich hab halt natürlich zu Recht verloren. Und die ganzen YouTube-Kommentare, die man heute noch bekommt für diese hochgeladenen RBA-Battles so von wegen, der hat so ein Kind so platt gemacht. Das tut dann teilweise noch weh, wenn man selber weiß, dass man sich entwickelt hat. Aber ja, ne, muss man halt durch. Kommen wir zur nächsten Frage. Und zwar, was ist dein Lieblings-Accessoire? Sein Lieblings ist eine Mütze. Ey, das ist echt mies. Wir haben die ja nicht mal gesehen. Ich kenn die nicht mal. Die haben ja immer diese Panda-Masken auf, weißt du? Ach so. Ja, das sind Skelett-Masken oder sowas. Ja, ganz genau. Guck, sie kennt sich aus. Also sie macht jetzt den Rest. Fuck. Meine Mütze. Ja, ich wollte es gerade sagen. Ja, ich hab jetzt gerade kurz überlegt, ob ich eine Kette hab oder sonst irgendwas. So meine Festival-Bändchen, ja gut. Aber die mach ich jetzt auch mal langsam ab, weil irgendwie haben Leute Vorurteile gegenüber Menschen, die Festival-Bändchen umhaben. Sieht doch hart gammlig aus so nach einer Weile. Ja, ist halt auch so, wenn der so 2011 draufsteht, so weißt du, dann so. So lange hast du das schon um, voll unhygienisch und alles. Ne, aber mal so die Nerven auch irgendwie. Keine Ahnung, ich mach die mal ab. So ein Neuanfang jetzt. Ich mach die Festival-Bändchen jetzt ab. Wir lassen uns das jetzt ab jetzt tätowieren. Direkt auf die Haut. Okay. Was isst du am liebsten? Chips, Cola privat. Wir haben gerade zusammen okay gesagt. Das heißt, du schuldest mir Chips und Cola. Das schneiden wir raus. Nein, was? Kommen wir zur nächsten Frage. Und zwar, was war dein schlechtestes Fach in der Schule? Erdkunde. Deutsch. Standard-Antwort ist ja immer Mathe, so. Äh, Mathe war ich ganz okay. Mathe hab ich, äh, jetzt zum Abi war ich mit zwei fortzensiert. Hab meine, hab ne drei in der Abi-Prüfung geschrieben. Wenn dann ist es eher Physik. Also Physik und Mathe, so der, Mathe ist, finde ich, noch sehr, äh, äh, man kann sich sehr gut auf Mathe vorbereiten. Das ist halt immer Schema F. Nichts so von wegen, ja, das versteh ich nicht, sondern nein, das ist, du musst einfach deine, deine scheiß Vorgänge da auswendig lernen. Aber Physik ist dann schon wieder, da werden Dinge durchgenommen, die, die interessieren einfach keine Sau. So, es ist mir auch scheißegal, warum ich, warum ich mich so und so bewege, wenn das Auto bremst. So, ich weiß das selber, dass ich, dass ich mich, äh, Also Kinder, hört gut zu. Scheißt auf Schule, schwänzt Physik. Das werdet ihr eh nie wieder brauchen. Nein, 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 das war nicht die Aussage. Aber das ist meine Aussage. Meine Aussage ist, Mathe ist nicht schwer. Redet euch nicht ein, dass ihr Mathe nicht könnt. Mathe ist Pimmelkacke. Okay, was, was, was ist so am liebsten? Quark. Hommes? Ja. Ach, du bist reiflos. Ja, genau. Hey, das ist ja auch die Brille, ich hab dich gar nicht erkannt. Ja, ich bin auch jetzt ne Frau. Deswegen auch die Maske, weißt du, ja. Ja, die hab ich jetzt halt, ich muss mich ja unters Volk mischen. Chips Cola. Nein, äh, Nudelauflauf. Nudelauflauf. Dacht, du sagst, das ist Magerquark. Äh. Da sind Zeiten vorbei. Naja, das ist ja mehr so, das ist ja mehr so zweckbezogen, ne. Also nach einer Zeit gewünscht ich an den Geschmack und dann ist es auch nicht mehr so schlimm. Also ich verstehe auf jeden Fall nicht die Leute, die immer sagen, äh, ist voll ekelhaft. So ekelhaft ist das nicht. Aber es hat halt schon einen tieferen Zweck, warum man das isst, ne. Musselaufbau, wenn ich Kohlenhydrate, so ein Quatsch. Aber wenn ich die Wahl habe, dann Nudelauflauf. Mit so Chilischoten drin. Boah, lecker. Richtig lecker. Na. Bist du auch Thunfisch? Ne, ich hasse Fisch. Ich find Fisch super ekelhaft. Du auch? Ne, gar nicht, Alter. Ich hab mir früher immer so ne Dose Thunfisch am Tag reingehauen. Das hab ich so zwei Wochen durchgehauen. Ja, damit kennst du dich aus, ne. Den guten Dosen Thunfisch für 50 Cent. Fisch, ey, generell. Ja, deswegen siehst du aus, wie du aussiehst. Ne, ne, ich hab's ja früher irgendwann mal, also ich hab ja da mal die Verpackung gelesen und geguckt, wie viel Eiweiß ich hab. Früher. Kommen wir zur nächsten Frage. Und zwar, ähm, lebst du alleine? Ja. Was kochst du am besten? Dann ist die Frage sehr interessant. Nudeln. Nudeln kann ja jeder kochen. Ja. Spaghetti Cannabis. Ja. Was genau, wie genau funktioniert das Ganze? Es sieht aus wie Pesto. Mit Pilzen, ne? Ja. Also, äh, die Frage, was ich am besten koche, wär dann quasi auch identisch mit der Frage, was ich koche. Es gibt nicht viel. Meistens Rührei und einfach alles rein, was so im Kühlschrank liegt. Und das schmeckt mir auch. Ja. Ja. Also ich muss sagen, nach meinem ersten Jahr, ich bin früh ausgezogen, so, ich war nur am schwimmen, so, ich wusste nicht, was ich kochen soll. Ne, also erstmal natürlich, ja klar, fertig Pizza und so weiter. Aber wenn ich selber mal irgendwas mache, wo ich das Gefühl habe, ich habe jetzt irgendwas geleistet, dann ist es irgendwas mit Rührei. Nein. Nicht mehr. Nimm dir mal sein Getränk weg. Nein, 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 nein. Wieso denn? Hör jetzt mal auf. Beef, beef. Hör jetzt mal auf. Ja. Bis jetzt gut. Wo gerade 3 Plus hier war, beziehungsweise immer noch hier ist, was er eigentlich nicht machen sollte. Ich wollte ihn jetzt eigentlich abholen, damit wir eine Bratwurst essen gehen können. Braucht ihr noch lange? Ja. Ja. Echt? Ich mache jetzt mit ihm alle Fragen durch für Weekend. Für dich wiederholen wir es nochmal. Okay. Alles klar. Dann gib mir eine Bratwurst essen, ne? Ja, zwei Fragen, wir sind gleich fertig. Ey, gib nein. So läuft es, so läuft es hier bei den Rappern. Gib mir mal ein Trinken wieder. Ich fühle mich so verloren. Ich brauche irgendwas. Du gibst mir wirklich zu denken mit deinem. Ich brauche irgendwas in meiner Hand, irgendwas zu tun. Ja. Okay, jetzt, ja, jetzt können wir weitermachen. Gerade 3 Plus einfach unfassbar nervt und einfach nur noch stört und einfach mir richtig auf den Sack geht. Ja. Okay, kommen wir zur nächsten Frage und zwar am Rückwettbewerb. Ich gegen 3 Plus. Wer würde gewinnen? Da bin ich sehr gespannt, was die Leute sagen. Können wir gleich nochmal machen? 3 Plus natürlich. Ja? Du, ganz klar. Das wollte ich hören, sehr gut. Weil ich bin ja er und ich würde verlieren. Trainierst du Rotatoren? Gar nicht. Ich lose auch voll ab. Ich lose auch voll ab. Ja. Ich bin halt von Natur aus wirklich echt eher der dünne Kerl. Mit wenig Kraft. Also wirklich wenig Kraft. Jetzt nicht, also ich kriege die Milchpackung nicht mehr hoch. Aber halt schon kräftemissig waren mir in der Schule immer alle überlegen, bis ich angefangen habe zu trainieren. Aber beim Armdrücken kommt es dann wirklich auf die Rotatoren an. Diese winzig kleinen Muskeln so im Schulterbereich. Und die trainiere ich halt schon. Und wenn du die nicht trainierst, dann würde ich dich wahrscheinlich besiegen. Ist auch wichtig hier zu trainieren. Also rein trainingstechnisch. Für die Brust zum Beispiel. Klar. Weil das Hilfsmuskeln sind dafür. Ich kriege sogar, ich habe letztens, das sage ich jetzt nicht, was ich gestemmt habe. Auf jeden Fall habe ich mehr gestemmt, seitdem ich Rotatoren trainiere. Rotatoren trainieren. Wichtig ist auch für den Armdrückwettbewerb so hier, ne? Handgelenkt. Die Grifftechnik. Wie willst du so packen? Rein. Versuchen reinzudrücken. Aber ich darf ja nicht. Du musst halt die Hand umschließen. Das ist das Wichtigste. Wenn ich dich so habe, dann habe ich schon, na ok, in dem Winkel vielleicht nicht, aber so. So hätte ich dich schon, so hätte ich dich schon halb am Sack. Aber du weißt, ich verrate dir meine Tricks noch nicht so. Ich fick dich erst und dann. Du willst dich erst gleich machen oder was? Ja, ja klar. Okay. Okay. Schauen wir mal. Mit welchen Rappern zusammen hast du April gebildet? Junger Vater, ich weiß das wirklich nicht. Kennst du da irgendjemanden? Nein. Tut mir leid. Boah, A-Pro kenn ich. Bist du immer noch bei A-Pro? Lens Wartes rappt doch gegen den. Hast du ne Ahnung wer dabei ist? Spliff-tastic. Ja, also gegründet wurde es von Klain und Jin. Das hieß ursprünglich A-Rec. Wurde dann als, also A willst du mich produzieren Records, wurde dann abgekürzt zu A-Pro, weil es einfach cooler klingt und Records ist immer scheiße. Das klingt halt kacke. So. Und dann bin ich noch dabei. Spliff-tastic. Der Dante-Si. Der Tiag. Boah, Alter. Hab ich jetzt irgendjemanden noch vergessen? Ähm. Ja. Bei Dennis. Ich weiß gar nicht, ob er sich selber noch dazugezählt hat. Hast du dich noch dazugezählt? Hat er nicht? Okay. Ja, dann äh... Sollte ich... Durch sein, ja. Das passt schon. Okay, das werden wir zu Hause alles auf Wikipedia nachlesen. Ja. Die letzte Frage war, wie viele Likes hat 3 Plus auf Facebook? Boah. 20.000. Also... Ein paar Tausend. Warte, warte. Vielleicht. Es gibt schon mal die richtige Richtung. Der Tiagent hat eine Zehntel Million, also hat 3 Plus... Weniger. Ja. Eine Fünftel Million. Weißt du das überhaupt selbst? Soll ich nachgucken? Es gibt nicht. Ich weiß, äh... Keine Ahnung. Ich glaub jetzt, äh... Vorhin hab ich einmal kurz drauf geguckt, vor ein paar Stunden, da waren es 50.075 oder sowas. Also vielleicht sind es jetzt 50.080? Keine Ahnung. Ja, irgendwie sowas um den Dreh. Oder 49.980. Nachdem die Leute deinen Auftritt gesehen haben. Nachdem die Leute meinen Auftritt gesehen haben, äh... Könnte es auch weniger sein. Vielleicht auch nur noch... Drei. Drei! Da musst du sein. Cool. Dann bedanke ich mich auf jeden Fall für deine Zeit. Ey, kein Ding. Ich hab ganz viel davon. Ich möchte noch mehr. Gibt's irgendwas, was du dir heute anschaust? Äh... Natürlich Wut-Hänklein. Materia. Standardmäßig. Einfach weil der... Weil das ja irgendwie ständig krasser wird, was der macht live. Ähm... Wir hatten auf dem Splash so einen riesen Joint dabei. Wirklich bestimmt drei oder vier Meter in die Länge. Und vorne so ein Durchmesser. Aber war das nicht so ein... Ich hab gesehen, das war so ein Teil aus Plastik, oder? War das nicht so ein Teil aus Plastik? Ey, ich wollt grad sagen, so ein... Drei bis vier Meter Joint, so wie viel Geld haben die da reingetan? Äh... Das ist ein... Aber ähm... Ja, so Geschichten halt. Der hat ja dauernd irgendwas Neues. Das ist total unterhaltsam. Äh, Action Bronson war heute richtig geil. Boah, der war echt geil. Wobei der mich... Hast du das auch, dass der dich an Big Punisher erinnert? Der erinnert mich an Toxic, an meinen Chef. Einfach durchgehend... Okay, vom Aussehen oder was? So ein bisschen. Aber der ist ja wirklich übertrieben fett, ne? Grad auf der Bühne, das war ja wirklich... Der musste ja... Ey, kennst du diesen Finishing-Move von ihm? Der war mal auf der Bühne, hat er so gerappt, weißt du? Und dann kommt ein Fan aus dem Publikum auf die Bühne gesprungen. Er stellt sich kurz hin, guckt ihn an, macht einfach so mit der Schulter und haut ihn halt voll runter. Nimmt ihn am Kragen und schmeißt ihn ins Publikum. So dieser Finishing-Move. Oh Gott! Ich teile mir noch einen Backstage mit dem. Auf jeden Fall ein Tipp, guckt euch das an. Ich komm dem nicht zu nahe jetzt. Aber auf jeden Fall, den fand ich geil. Aber der hat auch einfach... Der hat ja so einen Fick gegeben. Steht da auf der Bühne. Rappt einfach nur. So, mir egal ob ihr Hände oben sind. Mir egal ob ihr meine Texte könnt. Mir egal ob ihr das gerade feiert. Ich lauf jetzt einfach links nach rechts und rappt die ganze Zeit. Das Geld hat er eh bekommen, weißt du? Der ist halt so fett. Du denkst dir, der könnte niemals den ganzen 16er durchrappen. Und er rappt einfach eine ganze Show durch. Ohne Backup, ohne alles. Fand ich richtig fett. Meinst du, wie der schwitzt unter seinen Brüsten? So ein Männer, die so hochheben. So plüff. Fällt erstmal ein bisschen Flüssigkeit raus. Das ist auf jeden Fall ein sehr schönes Schlusswort. Ja ey, Action Bronson, wenn du das hieß. Alles cool, Alter. One Love. Unity. Kommen wir zur letzten Frage. Machen wir ganz schnell. Und zwar, wie hieß dein letztes Album? Ich hab wirklich keine Ahnung. Ich hab wirklich keine Ahnung. Keine Ahnung. Von A nach X. Wo kann man sich das kaufen? Auf den ganzen iTunes, Amazon, MP3, blablabla als MP3-Download. Oder als CD gibt es das noch, entweder wenn ich auftrete an den Ständen oder bei famebitches.de. Das sind die Leute von Weekend, die verkaufen da auch Merch von dem und von Persteasy. Und denen hab ich da meine CDs gegeben, die verkaufen die da auch. Sag noch ganz kurz, was erwartet die Hörer, wenn sie sich das Album kaufen? Wenn man dich jetzt noch nicht kennt, wenn man dich jetzt zum Beispiel nur als VBT-Rapper kennt, was zeigst du auf dem Album? Welche Facetten? Sehr viel Melancholie, Bildsprache, Gesang und sehr viel Melodien. Also nicht unbedingt so dieses ganze Rap-typische und vor allem VBT-typische, was man sich nach einem VBT-Rapper erwarten würde, wenn man gerade das VBT gefeiert hätte. Ja. Sehr schön formuliert. Ja. Sag auf jeden Fall Danke fürs Interview. Viel Spaß noch. Wünsche ich dir auch noch, ja. Und wir schmelzen dahin. Okay.